So, Morgen. Ja, ich bin gerade aufgestanden und ja, war jetzt auch eben schnell duschen, bin total müde, bin aufgeregt, total. Ja, und jetzt geht's gleich zum Flughafen. Ja, und dann geht's gleich los, ins Flugzeug, nach Frankfurt und danach kommt erstmal, dann geht erstmal der Stress los, weil dann müssen wir weit laufen in Frankfurt, Flughafen ist ja groß. Wir müssen gar nicht drüber hin müssen. Boah, ich hab gerade passiv eingeabt. Ja, nun tut man nicht so, manchmal zieht's ja auch. Ja, aber klappt ja irgendwie dann auch nicht, ne? Ich hab unseren Kopfhörer vergessen, jetzt kann ich gar nicht Mr. Binkuppen, wenn wir fliegen, was nachher? Äh, wenn die Kamera wackelt, kann ich da nichts führen, dass meine Hand, die zittert. Wie kippt ihr das auf die Hand? Ähm, doch. Ich bin total aufgeregt und ja, wir fliegen jetzt auf jeden Fall los. Und, äh, aber erstmal nur nach Frankfurt. Oh, jetzt film ich schon wieder. So, wir starten jetzt auf die letzte Welt, die Luft. Oh Gott. Wir sind jetzt am Land. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, das war gut so. Wir sind jetzt über Frankfurt und gleich sind wir am Flughafen in Frankfurt. Und da müssen wir ja dann richtig, 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 äh, rennen. Wir müssen doch leben rennen, damit wir noch die andere Maschine kriegen. Wir müssen nach Z. Wir müssen jetzt nach Z. Was auch immer Z ist. Ja. Guck mal, da ist der Flughafen. Ja, irgendwie warten hier alle. Ich weiß auch nicht, warum die warten. Warum warten wir alle? Ja, und, ähm, ja, wir müssen auch zügig laufen. Und, äh, genau, wir müssen jetzt mal Toilette, weil, äh, die Blase drückt. Okay. Gut. Ähm, ja, jetzt geht dann gleich der lange Flug, liegt dann an. So, ja. Oh, oh. Und, äh, da fliehen wir dann. Zehn Stunden, ne? Ja. Zehn Stunden fliehen wir da und, ja, drücken wir down. Aber das musst du ausmachen. So. Wir sind schon, wir sind schon außer Puste. Äh, der Frankfurter Flughafen ist echt groß. Ok, hier ist sie dann. Action. Ja. So, wir sind immer noch bei einem. Genau, ja. Wir sind einfach so ein paar Stück. Die hier ist nicht so ein paar Stück. Wir müssen jetzt mit ein paar Stufen fahren, glaube ich. Da, wo wir gleich sein müssen. Und wir gehen auch mal in die Lounge und essen was. Und das ist unser Flugzeug. Wow, oder? Ja, ich hoffe, dass es ein angenehmer Flug wird. Wünscht uns Glück. Und wir warten jetzt schon die ganze Zeit. Wir haben schon eben eine Wurst gegessen. Und ein Brötchen. Und Brötchen. Mit Senf. Aber es waren zwei Senf. Ja, und Wasser haben wir getrunken. Und jetzt warten wir. Und warten. Und warten. Was machen wir hier, Mama? Ja, wir warten. Ja, und unser Flugzeug, das wird noch gewaschen. So in der Waschanlage. Ne, das wird hier gerade total aufgepinnt. Aufgetankt. Genau, aufgetankt. Und ich bin auch schon nervös. Weil, äh... Ja. Weil es einfach aufregend ist. Ich glaube, ihr werdet auch nervös, oder? Unsere liebe Patentante hat ja an alles gedacht. Das hat sie Mama zum Geburtstag geschenkt. Auch. Thrombose-Strumpen, ne? Was braucht man denn nicht auch so? Die Socken zieht auch aus. Du Scheiße, das hier. Das ist ja fein. Ja, und da hat sich bei Mama vom Alter her sowieso nicht mehr gelohnt. Ziehst du die jetzt an, ne? Ach, ich bin aber schon an. Tja. Thrombose. Mach unter die Hose. Oh, sexy. Thrombose unter die Hose. Ich darf nicht wackeln. Ja. Wir sitzen jetzt hier, äh, völlig bezahlt. Auf dem Weg. Mach mal jetzt. Und gleich, äh, starten wir. Ähm, ja. Ein bisschen nervös. Aber, ich denke, wir sitzen ja ganz gut. Und, äh, ja. Unser Schutzengel sind dabei. Jetzt sind alle zufrieden. Okay, wir fliegen jetzt zwei Stunden. Wir müssen also noch acht Stunden fliegen. Und, äh, ja, das ist jetzt unser Ende. Sie sagen acht Stunden. Ja. Das ist schrecklich. Hahaha. Oh. Ja, und, äh... Schön. Schön. Wir essen ja erstmal. Und, äh, essen tut ja sowieso anders. Das ist nicht eher, äh, äh... Kannst du ganz schön was zu trinken? Ich hätte ja einen, äh, Cola. Ich trinke. Ich trinke. Ich trinke. Ich trinke. Schön für Sie. Danke schön. Äh, Wasser. Wozu ist denn die Tasse hier? Keine Ahnung. Wir sind jetzt da. Wenn uns nicht bewegen, ist gut. Nein, wir sind nicht schön. Hast du schon den Zähn? Oh, oh. Auf nichts anderer Nase. Das ist schön. In der Nase vor allen Dingen. Das ist schön. Ja, und, äh... Keine Ahnung. Aber die Zollerklärung, eins für Familie? Oh ja. Eins für die Familie? Nee, nicht Familie. Das ist extra. Ja? Dann extra. Genau. Was ist extra? Was ist extra? Das heißt ja andersrum. Okay, jetzt müssen wir irgendwas ausfüllen. Okay, jetzt müssen wir irgendwas ausfüllen. Und, ähm... Ja, wie gesagt, wir haben alles aufgegessen. Sogar den Wüsterhaus. Äh, bei uns sind die auf dem Wüster. Und, äh, ja. Wir beschäftigen uns. Ich sag, das ist einfach nur... Das ist richtig. Das ist richtig. Quatsch. Das hat sie doch gerade gesagt. Das ist einfach für die Familie. Die Zeugenstimmung. Nein, das ist nicht so aus. Mit Namen, Vornamen, Pass. Pass, Nummer, äh... Das ist nicht so aus. Okay, wir müssen uns konzentrieren. So, wir fliehen jetzt schon 7,5 Stunden. Und, äh... Und, äh... So langsam reicht es auch. Es kommt jetzt erst ab. Erst praktisch. Und, äh... Ja. Und... Und... Wie gesagt. Man ist müde. Und, äh... Wie gesagt. Man ist müde. Man kann nicht mehr sitzen. Ja, genau. Und jeder, der schon mal einen Langstreckenzug gemacht hat, der weiß, denke ich mal, dann auch, was ich hier so möchte. Aber guck mal, wir haben hier einen Kissen. Und der Kissen. Ja. Na, gemütlich. Genau. Wir sind gut versorgt. So, wir wollen noch mal zeigen. Wir haben hier auch so schöne Monitore. Ja. Wo wir die ganze Zeit, äh, Fernsehen gucken können. Alle Filmen dort sind. Und, äh... Wir werden einfach gut unterhalten dadurch. Und wir haben auch die Zeit genutzt, um etwas zu lernen hier, bitte. Ja, wir gucken, was Dokumentation geht. Über Natur und... Ja. Wir wollen uns auch immer weiterbilden, ne? So, ähm... Wir laden jetzt. Und, ähm... Ja, wir sind dann gleich in Miami. Ja, wir sind dann gleich in Miami.